Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Feed the Beast. Ja, das letzte Mal ist viel passiert. Karten... Ey, Quatsch. Oh, ich bin schon wieder gaga. Ich habe ja nochmal aufgenommen, nachdem Karten da war. Und habe mich dann hier mit dem Minecraft ein bisschen vertan. Aber dazu muss ich jetzt anmerken, ich habe das gefixt. Und zwar habe ich jetzt hier meinen Minecraft mit dem Railer mit drin. Das könnten wir... Halt, nein, stopp. Bevor wir das machen... Genau, bevor wir das machen, gehen wir erstmal hinunter. Schauen, wie weit unser Koks ist. Genau. So. Weil dann lassen wir nämlich in Zukunft unser Minecraft minen. Weil es ist ja ein Minecraft. So, ich hoffe, ich habe auch den Fehler in den Configs gefunden. Beziehungsweise bei Industrial Craft gab es gar keine Config. Komischerweise. Das war etwas... ...strange. Die war nicht vorhanden. So, genau. Weil die Solar Panels ja ein wenig komisch gesponnen haben. Weil ich habe da draußen ja einige stehen und es sollte eigentlich was machen. Gut. Was machen wir denn zuerst? Genau. Ich wollte... Oh, ups. Vom letzten Mal noch. Zack. Aus. So, ich wollte den Cargo Manager bauen. So, genau. Cargo Manager. Dafür braucht man diese Iron Plates. So, genau. Da braucht man diese Chest Pain. Wie viele habe ich denn davon noch? Acht. Dann mache ich mir wohl noch ein paar mehr. Die macht man mit... Holzplanken und Stämmen. Äh, Stämme. Ich habe sonst, glaube ich, keine mehr. Ich müsste mal langsam wieder Holz farmen gehen. So, ein klein wenig. So, davon mache ich mir mal. Wie viel mache ich denn mehr davon mal? Ich weiß es gerade gar nicht. Kriege ich 32 pro. Dann machen wir uns mal... Zwei Stacks. Falls wir aber wieder eine Kiste bauen müssen oder so. Ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt. So, ähm... Genau. Wie ging es dann weiter? So, da brauche ich dann einen Eisenbarren. Eisenbarren. Halt, ich kann das Koks mal hier reintun. Den Eisendast können wir noch einschmelzen. Halt, den Tindast lasse ich mal. Da ist noch Eisendast und da ist Eisen. Zupp. Und zupp. Und zupp. Ähm, genau. Da läuft das durch. Dann mache ich das hier mal schnell. Halt, ich mache das mal hier, weil dann fällt es nämlich nicht raus, wenn ich mich umdrehe. Dumm, 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 dumm. Ähm, so. Davon brauche ich... Oh, war ja. Vier Stück. Dann kriege ich so ein großes. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann das da noch. Da brauche ich so ein Iron Pen. Also kann ich eigentlich alles... Iron machen. Machen wir uns mal... ...ein Stack. Ja. Das sollte erstmal reichen. So, dann brauche ich vier von denen. Das heißt... Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Ups. Und dann brauche ich noch die da. Davon brauche ich... Oh Gott. Redstone. Ich habe ja noch ein bisschen was. Da brauche ich vier. Eins, zwei, drei, vier. Also mache ich mir davon jetzt mal vier Stück. Zack. Dann... Eins, zwei, drei, vier. Dann da in die Mitte. Redstone. So. Das hier raus. Dann das da rein. So. Dann habe ich so ein großes. Jetzt brauche ich nur noch die da. Okay. Dann mache ich das bei denen. Dann mache ich das so. Brauche ich auch vier Stück, war das. Eins, zwei, drei. 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 So. Vier davon, vier davon und eins. Okay, gut. Dann bauen wir uns den Cargo Manager. Der ist nämlich dafür verantwortlich, dass das Minecraft B und End laden wird. Tatatata. So. Und alt. Wir brauchen noch so eine komische Detector Rail. Weil, genau. Advanced Detector Rail. Ups. Druckplatte, Eisenbarren und Redstone. Druckplatte. Eins, zwei. Eins, zwei. Eisenbarren und Redstone. Genau. Dumm, 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 dumm. Dumm, dumm. Jetzt habe ich kein Eisen dabei. Verdammt. Gibt. So, 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 so. Ups. Dann einmal Redstone und Druckplatte. So. Und jetzt können wir eigentlich ins Bett gehen. Weil sonst ist nämlich unser Schüttrom. Kommt wohl. Kommt das alles noch von den Solar Panels? Ah, okay. Jetzt ist es zu dunkel. Na gut. Schauen wir mal, ob das die Nacht reicht. Obwohl, ich könnte mir eigentlich mal einen größeren Speicher bauen. Ich könnte mir mal eine MFE bauen. Eine MFE. Ein Maschinenblock. Goldkabel. Oh, ich müsste einfach mal Goldkabel machen. Ich packe da jetzt, glaube ich, eine MFE unten rein. Aber, dann brauche ich, oh ja, jetzt brauche ich, ich muss nachdenken. Dann brauche ich einen Transformator. Und zwar einen Low Voltage Transformator. Okay, bauen wir erstmal eine MFE. Ich brauche Gold. Ich brauche Gummi. Ich brauche Eisen. Und Redstone habe ich in der Tasche. Gut, dann brauche ich hier Goldkabel. Dumm, dumm, dumm. Zack. Die isolieren wir gleich noch. Oh, ich könnte mal Gummi ernten gehen eigentlich. Sonst geht mir das Gummi aus. Wo ist er denn? Da ist er doch. Gehen wir mal kurz Gummi sammeln. Hallo Hundis. So, gucken wir doch mal. Äh. Au, büste bis wohnen sinds. Äh, Schweine, geh weg. Hallo, noch eins. Oh, hallo. Uuuh. Sag mal, ist heute Skelettabend? Versammlung oder so. Geht's noch? Wahnsinn. Oh, guck mal, der hat eine Rüstung an, der Zombie. Dem fehlen zwar Arme, aber er hat eine Lederrüstung an. Mal gucken, was wir kriegen. Aua. Nur Fleisch. Nur Fleisch. Okay. Na gut. So, ich wollte Gummi ernten. Warum stehen denn... Ach, stimmt ja, die wollten mir jetzt gerade helfen. So, äh... Shreep Tap. So. Yay. Warum kriege ich jetzt schon wieder dieses Achievement? Ich verstehe es nicht. Das ist immer etwas komisch mit den Achievements. So, hier ist sonst nichts mehr. Da, 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 da. Da ist einer. Gibt. Danke. Nein. Und... So, hat er dir jetzt nur einen Spot? Tut mir leid, aber, äh, du kommst weg. Du hast nur einen Spot und das... Ist zu wenig. Du kriegst heute leider kein Bild. Sollte mir auch mal so eine richtige Gummibaum-Farm anlegen. Der hat ja... Ich hab dich genau gehört, Kollege. So, äh, machen wir was essen, weil sonst bin ich gleich demnächst tot. So, ähm... Der hat... Oh, wie wunder, gar keinen Spot. Na gut, dann bist du wohl Geschichte. So, ich hab doch grad Zeppling aufgesammelt. Sag ich's doch. Ne. Da hin. Schauen wir mal, dass wir hier... Ah, hier ist noch ein Zeppling. Dann können wir den nämlich auch gleich wieder aufstellen. So. Hab ich jetzt ein bisschen was? Nur fünf. Nur fünf? So, das ist fast ein bisschen wenig. Das ist immer fast ein bisschen wenig. So, dann... Achso, stimmt. Ich hab ja... Halt. Zack. Ich hab ja einen... Na, wie heißt das? Äh... Extraktore. Damit kann ich dann... Dingensen. Damit kann ich Dingensen, also Gummi machen. So, ähm... Tun wir mal kurz ein bisschen raus. Das hier weg, das hier weg. Den Bogen. Ich hab den Bogen. Okay, ich hab den Bogen gekriegt von dem Schaf. So, Gummi, Gummi, Kabel. Ich brauch einen Maschinenblock. Zack. Zack. Dann Kabel. Eins, zwei, drei, vier. Und... Redstone. Jetzt hab ich's wahrscheinlich genau falsch rum gemacht, oder? Was hab ich jetzt falsch gemacht? Ach, Quatsch. Energy. Oh, nee. Dafür brauch ich ja Diamanten. Hm. Das ist natürlich taktisch blöd. Okay, dann verschieben wir das noch. Dann verschieben wir das noch, weil... Ich hab ja keine Diamanten. Oder zumindest, ich möchte sie für etwas anderes benutzen. Nun gut. Ähm... Gummi. Moment. Was willst denn du hier? Oh, das ist wieder so ein... Oh, oh, oh. Das ist so ein böser Zombie. Der ist... Der ist höllisch stark. Boah. Stirbst du jetzt? Ah, ich sollte vielleicht auch mit der Kettensäge zuhauen. Jetzt. Aber normalerweise troppen die auch was Feines. Was dieser jetzt nicht getan hat. So, das nochmal weg. Äh, was wollte ich denn jetzt? Wie schaut's hier aus? Okay, da ist immer noch was drin. Weil dann könnte ich eigentlich einen Macerator nur für... Kohle-Staub hernehmen. Dann mach ich mir halt meine Diamanten. Aber ich müsste mal bald wieder was finden. So. Genau. Du machst das. Dann den... Gold-Staub-Ton wieder oben rein. Hab ich noch was zum Zerkleinern. Damit der Arbeit hat. Silber, Aluminium. Im Moment. Sieht's nicht danach aus. Zup. Ähm. Tun wir die auch wieder rein. Rein, 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 rein. Ah. Zup. Ähm. Ich wollte mal gucken. Bei Railcraft. Gibt's doch da... Ups. So ein Stopper. So ein Stopper gibt's doch da. Was ist das Ding? Wie hieß das? Den Bumper oder so? Ja. Ich weiß es jetzt grad nämlich nicht mehr. Moment. Wo ist das ganze Railcraft-Zeug? Ähm. Da. Das sind die Signale. Antrieb. Submanal-Controller. Halteschiene. Einwegschiene. Steuerschiene. Einweg-Detektorschiene. Entsorg-Entsorgung-Schiene. Cool. Prick-Wall. Naja gut. Eigentlich dürfte das nichts machen. Aber jetzt geh ich ins Bett. Weil sonst greift mich da draußen noch jemand an. Während ich da rumbastle. So. Entschuldigung. Ah okay. Gut. Dann es fühlt sich schon wieder mehr als es verbraucht. Das ist doch schick. Gut. Dann nehmen wir ein bisschen... Na. Koks mit. Weil mit Koks kann ich dann das Minecart... Habe ich das dabei? Ne. Natürlich nicht. Gut. Ich brauche das Minecart. Ich brauche die Schienen. Ich brauche die Fackeln. Dann könnte ich mir eigentlich gleich wieder anfangen noch ein paar Schienen zu machen. Ui. Meine Monsterfalle funktioniert immer noch perfekt. So. Nämlich. Nämlich. Ähm. Der hier kommt weg. Dafür kommt der hier hin. Und daneben der Cargo-Dispenser. So. Ähm. Ich könnte das theoretisch auch mit Buildcraft noch... Oder mit Red Power noch rein und raus pumpen. Aber... Äh. Das ist wie Jesus. Und das ist ja eigentlich nur ein paar Tueing...